Hallo hier liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu dem weiteren Phasmophobia-Video. Wie? Oh man, fangen wir nochmal an. Hallo hier liebe Leute. Okay, fangen wir nochmal an. Hallo hier liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu dem weiteren Phasmophobia-Video. Heute mit der Oya und der Snylylyly. Und wir spielen eine Challenge und zwar die Nicht-Verstäcken-Challenge, die uns im letzten Livestream auch allen das Leben gekostet hat. Ja, der Mülleimer dabei ist. Der Mülleimer. Der Geist heißt Kenneth Robinson. Kenneth? Was? Kenneth Robinson. Kenneth, ja Kenneth Robinson. Kenneth Robinson. Kenneth... Kenneth, wo bist du? Gib mir ein Zeichen, Kenneth. Ach du Scheiße. Kenneth Robinson, gib uns ein Zeichen. Hübsche. Kenneth Robinson. Ich habe nichts gemacht, ich glaube Sven hat eine Voodoo-Pumpe fotografiert. Kenneth, gib mir ein Zeichen. Hey, äh. Ja. Kenneth. Wo bist du? Ah, Sven. Ja, dann schau mal ins Badezimmer, frag da nochmal. Auf links auf dem Bett. Und wir haben den Raum. Geh mal ins Badezimmer und frag da nochmal. Ich glaube ich hatte im Badezimmer einen Step. Okay. Wo bist du? Immer noch nichts. Ja, der gibt im Bad und im Zimmer. Next. Wo war der Knochen? Auf links auf dem Bett. Oben links auf dem Bett. Okay. Also im Bad, in der Abstellkammer und im Zimmer gibt er Antworten. Ach. Was ist denn da? Ach. Sehr gefriert. Ja, super ey. Dann sind wir gleich fertig. Hallo. Ah. Ja. Nein. Also hier gibt es keinen Unterfuhl. So, wo ist er jetzt? Aber die Frage ist, ist es jetzt hier oder hier? In allen drei Räumen gefriert. Echt? Beziehungsweise, doch hier. Der hat irgendwas untergeschmissen. Hier. Im Badezimmer. Aha. Ja. Ich hab doch gesagt, hier hab ich Steps gehört. Ja, hier hab ich auch vorhin die Steps. Hier war 5. Echt? Nein, 3. Alter. Böser Geist. Als ob der jetzt schon handelt. Was? Wo ist Sandy? Nicht verstecken, Sandra. Wir haben ein Buch. Okay. Sandra, wir haben ein Buch. Fuck. Ja, das ist gemein. Sündelöl. Blöde Geist. Schick den... Ach du Scheiße. Ich geh schon. Oh. Ich geh jetzt. Oh. Help. Ach du Scheiße, Sven. Help. Help. Ich bring was mit. Oh mein Gott, der ist ja direkt hinter mir. Oh mein Gott, da muss ich aber... los. Der ist hinter dir, Sven. Ja, okay. Der ist voll hinter dir. Ja. Ja. Ich bring... Ich bring da was mit. Wie soll es so? Ja, wo es geht. Äh, die fehlen. Ach du Scheiße. Ja, verschwinde was. Nein. Nein. Kassi die Challenge. Scheiße. Hallo. Hallo. Hi. Scheiße. Ich kam noch nicht aber aus dem Bad raus, alter. Ja, aber ich wollte noch ein Häschen hinstellen, dann fäng ich, du musst ja wieder das Handeln an. Was soll ich jetzt machen? Ich bin wieder alleine. Geister. Ja, geh, geh. Und ich hab noch so viele Optionale. Buch was. Ah, hier noch. Scheiße. Okay. Ja. Beobachten wir mal ein bisschen die Oya, bei ihrer Arbeit. Ist auch immer schön. Ach nee, der bringt mich noch an. Scheiße. Hehehehe. Foto vom Geist. Das hätt ich einkriegen können, hätt ich auf Foto aber rankommen. An die Arbeit. So'n Kack. Hab ich die... Ich hab dir das mal Bild gepostet in Discord. Hey Leute, ich ist content, dass ich auch sterben werde. Hab ich die Kurve nicht eng genug genommen oder woran hat das jetzt gelegen? Scheiße. Der war auf einmal instant, instant so nah an Ostrand. Wo ihr in der Kurve vorne wart. Vorne am Zwischen. So'n Archiboy. Aber irgendwie ist der auch nicht... äh... Hübscher Junge. Unser Geist hat Kontakt. Oh ja! Oh mein Gott! 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 Wir sind wieder alle gestorben bei dieser Challenge. Das gibt's nicht. Unser zweiter Gruppenwipe. Die legt sich genau zu mir. Telefon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Telefon! Ja liebe Leute! Oh für ne Scheiße! Ja! Genauso würde ich das auch sagen. Der schnellste Fail in der Geschichte dieses Kanals. Wenn's euch trotzdem gefallen hat... Scheiße! Ihr wisst, lasst ein Like da. Und... Ja, bis morgen, zum nächsten Video. Hier bei uns. Haut rein!